Jetzt fehlt uns nur noch das Talent, Nina. Ja, da hast du recht, Sarah. Servus und willkommen bei einer neuen Folge von Uni.a.to.go. In unserer heutigen Folge stellen wir euch nicht nur eines, sondern gleich zwei wichtige Büros für Studierende vor. Die Studentenkanzlei und das Studentenwerk. Wir starten mit der Studentenkanzlei, die unsere heutige Referentin, Frau Christe, repräsentieren wird. Hallo, Frau Christe. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Um keine Zeit zu verlieren, fangen wir am besten sofort an. Ja, genau. Frau Christe, wie würden Sie jemand völlig ahnungslosen die Aufgabe der Studentenkanzlei in nur 30 Sekunden beschreiben? Also zum Einstieg direkt eine kleine Challenge für Sie. Die Studentenkanzlei ist zuständig für die administrative Betreuung und Beratung von Bewerberinnen und Bewerbern sowie Studierenden auf verschiedenen Kommunikationswegen. Telefonisch, per Post oder per E-Mail. Bei uns sind Sie also genau richtig, wenn Sie sich für einen Studienplatz bewerben, sich einschreiben, den Studiengang wechseln oder ein Doppelstudium aufnehmen möchten, sich für das kommende Semester rückmelden oder das Studium bei uns beenden und sich exmatrikulieren wollen. Ja, sehr gut. Die Challenge ist auf jeden Fall bestanden. Frau Christe, welche Kommunikationsmöglichkeiten bestehen denn über die von Ihnen genannten hinaus? Auf unserer Webseite sind viele Informationen und auch Formulare zu finden. Hauptsächlich nutzen wir aber die bereits genannten Kommunikationswege, da viele Anfragen komplex und auch sehr individuell sind, beispielsweise bei Studieninteressierten mit internationalen Zeugnissen. Für die Bewerbung und Einschreibung nutzen wir unser Online-Portal WIPS, das Verwaltungs- und Informationsportal zu Bewerbungen Studium der Universität Augsburg. Wenn bei der Einschreibung die eingereichten Unterlagen unvollständig sind, fordern wir beispielsweise direkt über das WIPS-Portal fehlende Unterlagen nach. Ja, Frau Christe, steht das WIPS-Portal auch bereits eingeschriebenen Studierenden zur Verfügung? Ja, genau. Auch Studierende können das WIPS-Portal nutzen. Sie finden dort zum Beispiel ihre Immatrikulationsbescheinigung. Außerdem können die Studierenden im WIPS-Portal ihre Kontaktdaten, also die Postanschrift, ihre private Mailadresse und eine Handynummer, ergänzen oder auch aktualisieren. Und wenn die Studierenden ihre Kontaktdaten immer aktuell halten, erleichtert das natürlich auch uns die Arbeit. Das WIPS-Portal scheint ja eine wirklich tolle Plattform zu sein, die auch so manchen Papierkram vermeiden lässt. Frau Christe, wie Sie in der Vorstellung ja bereits erwähnt haben, sind Studieninteressierte bei der Studentenkanzlei also genau richtig, wenn Sie eine Zulassung zum Studium erhalten haben und sich einschreiben möchten. Gibt es wichtige Aspekte zur Einschreibung, über die Sie gerne informieren würden? Für die Einschreibung gelten bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen. Informationen zum Ablauf der Einschreibung und ausführliche Checklisten finden die Studieninteressierten auf unserer Webseite. Genau, und die Checklisten verlinken wir euch wie üblich in unserer Infobox. Sobald die Einschreibung vollständig bearbeitet ist, finden die Studierenden im WIPS-Portal auch ihre persönliche Benutzerkennung des Rechenzentrums, die zum Beispiel auch für die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen im Digicampus benötigt wird. Den Studierendenausweis, also die Campus-Card Augsburg, verschicken wir auf dem Postweg. Ja, vielen Dank, Frau Christe, für diesen wichtigen Einblick in die Einschreibung. Am Anfang des Studiums prasseln ja wirklich sehr viele Informationen und auch neue Wörter auf Studienanfänge ein. Dazu gehört beispielsweise auch der Begriff der Rückmeldung. Was verbirgt sich genau dahinter? Wer bereits bei uns eingeschrieben ist und sein Studium im folgenden Semester fortsetzen will, muss für die Rückmeldung die Semesterbeiträge überweisen. Die Höhe der Beiträge legt das Studentenwerk in einer Satzung fest. Die Studierenden müssen die Semesterbeiträge an die Studentenkanzlei überweisen, aber wir führen die Beträge dann wieder an Studentenwerk ab. Wichtig ist, dass die Beiträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei der Studentenkanzlei eingehen. Für das Sommersemester ist die Rückmeldung ab Anfang Januar bis 15. Februar möglich, für das Wintersemester vom 1. Juni bis 15. Juli. Das ist wirklich gut zu wissen. Gibt es denn sonst noch etwas, was man bei der Rückmeldung besonders zu beachten hat? Es gibt Umstände, die trotz Überweisung der Semesterbeiträge eine Rückmeldung verhindern. Zum Beispiel, wenn uns eine Krankenkasse mitgeteilt hat, dass kein Krankenversicherungsschutz mehr besteht. Eine solche Rückmeldesperre ist für die Studierenden aber auch im WIPS-Portal sichtbar. Alles Wichtige zur Rückmeldung, die Termine, die Höhe der Semesterbeiträge und der Verwendungszweck für die Überweisung ist ebenfalls auf unserer Webseite zu finden. Wie können Studierende nun aber einsehen, ob die Rückmeldung für das Folgesemester wirklich erfolgreich durchgeführt wurde? Auch das sehen die Studierenden im WIPS-Portal. Und sobald sie erfolgreich rückgemeldet sind, können sie den Gültigkeitszeitraum auf der CampusCard Augsburg an den Validiergeräten auf dem Campus aktualisieren. Mit diesen Informationen ist nun wohl wirklich jedem die Rückmeldung ein Begriff. Um nach dem Studium aber auch gut in die Berufswelt einsteigen zu können, ist es von Vorteil, bereits während des Studienverlaufs erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Dies kann jedoch während des Semesters aufgrund des großen Arbeitsaufwands ziemlich stressig werden. Gibt es eine Lösung für all diejenigen, die nicht auf Praktika verzichten möchten, diese allerdings aber auch nicht während des Semesters unterbringen können? Falls es um ein studiengangbezogenes Praktikum geht, das in Vollzeit absolviert wird, also mit mindestens 30 Wochenstunden, egal ob im In- oder Ausland, kann ein Urlaubssemester beantragt werden. Wenn ein längeres Praktikum geplant ist, würde ich deshalb immer empfehlen, sich rechtzeitig beim Studierendeninformationsbüro über die genauen Anforderungen zu informieren. Ein weiterer Grund für ein Urlaubssemester kann zum Beispiel ein Austauschsemester im Ausland sein. Die Studierenden müssen sich für ein Urlaubssemester ebenfalls rückmelden, also die Semesterbeiträge überweisen. Der Studierendenstatus bleibt auch während einer Beurlaubung bestehen. Man kann sich in der Regel für maximal zwei Semester beurlauben lassen. Ja, schön, dass es auch hierfür eine Lösung gibt. Dürfen während der Beurlaubung aufgrund eines Praktikums oder auch eines Auslandsaufenthalts dann weiterhin Prüfungen an der Uni abgelegt werden? Es ist so, dass bei Beurlaubungen wegen Praktikum oder Auslandsaufenthalt die Studierenden bei uns hier an der Universität Augsburg keine Studienleistungen erbringen dürfen. Ausnahme sind Wiederholungsprüfungen. Detaillierte Informationen zur Beurlaubung, die Antragsformulare und ganz wichtig, auch die Fristen, die für die Beantragung eines Urlaubssemesters und die Vorlage der Nachweise eingehalten werden müssen, sind auf der Webseite zu finden. Und auch dies ist natürlich bei uns in der Infobox für euch verlinkt. Last but not least unsere Lieblingsfrage. Was gibt es für uns to go? Ein Tipp von uns ist unsere Homepage bzw. die Internetseiten der Studentenkanzlei. Zu jedem Thema, das die Studentenkanzlei betrifft, sind dort ausführliche Informationen zu finden. So gibt es zum Beispiel Checklisten für die Einschreibung. Alle Anträge, die Fristen und Termine sowie Hinweise zur Antragstellung finden Sie ebenfalls auf den Seiten der Studentenkanzlei. Das ist ja echt ein tolles Angebot mit den Checklisten. Da kann man ja praktisch gar nichts mehr vergessen. Vielen Dank, Frau Christe, für die spannenden Einblicke in die Aufgaben der Studentenkanzlei und vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Frau Lacher und vielen Dank, Frau Nussbaum. Danke auch von meiner Seite. Danke. Danke. Weiter geht es mit Herrn Nogero, dem Pressesprecher des Studentenwerks Augsburg. Hallo Herr Nogero, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank auch, dass Sie hier sind. Und dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Herr Nogero, welche sechs Schlagwörter beschreiben das Studentenwerk Augsburg am besten? Wohnen, BAföG und andere Studienfinanzierung, Essen und Trinken, Beratungsangebote, Jobbörse, Campuskunst. Wir kümmern uns also um alles, was an der Universität Augsburg nichts mit Lehre und Forschung zu tun hat. Ja, greifen wir doch gleich mal das erste Schlagwort auf, nämlich das Wohnen. Dieses Thema hat vermutlich schon viele von uns vor Herausforderungen gestellt. Eine passende und preiswerte Wohnung möglichst schnell und auch unkompliziert zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Umso besser, dass das Studentenwerk hier Unterstützungsangebote hat. Herr Nogero, welche sind diese konkret? Zum einen betreibt das Studentenwerk Augsburg selbst fünf öffentlich geförderte Wohnanlagen mit rund 1.800 Plätzen in Augsburg. In den Wohnanlagen gibt es verschiedene Wohntypen. Die meisten Wohnplätze sind Einzelapartments. Es gibt aber auch Doppelapartments und WGs. Die Mieten sind sehr günstig. Die liegen bei 220 Euro bis 350 Euro für ein möbliertes Apartment. Inklusive Internet, inklusive Strom. Das ist also die Barmiete. Gibt es denn spezielle Bedingungen, um solch ein günstiges Apartment zu erhalten? Ja, die gibt es. Für diese besonderen, günstigen Wohnplätze muss man Aufnahmebedingungen erfüllen. Das Einkommen darf beispielsweise den aktuellen BAföG-Höchstsatz nicht übersteigen. Und wenn man die Aufnahmebedingungen erfüllt, dann kann man sich online für einen Wohnplatz bewerben. Meist klappt es dann nicht sofort mit einem Einzug, sondern man muss ein bis zwei Semester auf einen Wohnplatz warten. Und damit möglichst viele Studierende einmal von den günstigen Mieten in unseren Wohnanlagen profitieren können, gibt es eine Höchstwohndauer von sechs bis sieben Semestern, je nach Wohnanlage. Das ist ja wirklich ein sehr tolles Angebot. Dann hat man ja tatsächlich das ganze Studium über die Möglichkeit, von diesen günstigen Mieten zu profitieren, also im besten Fall. Was ist aber, wenn alle 1800 Plätze bereits vergeben sind? Gibt es dann neben den Anlagen des Studentenwerks noch weitere geförderte Wohnanlagen? Die gibt es. Zum Beispiel von anderen Trägern. Dazu gehören die Kolping Stiftung oder der BLLV, der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. Auch dort gelten Aufnahmebestimmungen und man muss sich online bewerben für einen Wohnplatz. Die Websites, wo man sich bewerben kann, haben wir auf unserer Website studentenwerkaugsburg.de verlinkt. Und unterstützt das Studentenwerk neben dem von Ihnen soeben angesprochenen Angebot der Wohnheime auch Studierende bei der privaten Wohnungssuche? Auch auf unserer Website gibt es eine Online-Börse mit privaten Wohnangeboten. Da findet sich alles vom möblierten Apartment bis hin zum Häuschen am Stadtrand, in dem man eine WG gründen könnte. Die Wohngemeinschaft ist übrigens auch die häufigste Wohnform von Studierenden. Rund ein Drittel aller StudentInnen wohnt in einer WG und nur 10 Prozent in etwa wohnen in einem Wohnheim. Das ist ja tatsächlich eine interessante Aufteilung. Welche Geheimtipps rund um das Wohnen können Sie sonst noch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen? Ja, so geheim sind die Tipps überhaupt nicht. Die erste Regel ist, wer seinen Studienplatz fix zugesagt bekommen hat, sollte sich schnell um eine Wohnmöglichkeit kümmern. Zum Vorlesungsbeginn suchen natürlich alle. Und deswegen macht es Sinn, ein WG-Zimmer oder ein Apartment beispielsweise schon einen Monat früher anzumieten, wenn man zu diesem Termin eines angeboten bekommt. Dann kann man in aller Ruhe umziehen und auch die Stadt erkunden. Und der zweite Tipp ist, mit dem Semesterticket fährt man in Augsburg mit Tram, Bus und Bahn in den Zonen 10 und 20 ohne Zusatzkosten. Und deswegen sollte man seinen Suchradius bei der Wohnungssuche ruhig auch auf diesen ganzen Bereich vergrößern. Und wer nicht von allzu weit wegkommt und vorerst an die Uni pendeln kann, sollte dies vielleicht tun, bevor man einen Mietvertrag für ein zu teures Apartment abschließt. Zum einen entspannt sich der Wohnungsmarkt immer nach Beginn der Vorlesungszeit und man lernt auch Leute kennen und bekommt so Tipps für freie Wohnungen oder man gründet vielleicht auch gemeinsam eine neue WG. Danke für diesen hilfreichen Einblick, Herr Nogero. Was ist nun aber, wenn man für ein Apartment den Zuschlag erhalten hat, es mit der Bezahlung der Miete jedoch mal eng wird? Ja, die Miete ist der größte Posten im monatlichen Budget von Studierenden. Aber man sollte es gar nicht so weit kommen lassen, dass es wirklich mal zu eng wird mit der Miete, sondern sich wirklich vorab schon Gedanken zur Studienfinanzierung machen. Die wichtigste Einnahmequelle von Studierenden sind die Eltern. Die sind nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, die Ausbildung bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu finanzieren. Und das gilt unabhängig vom Alter, also von der Volljährigkeit und die Unterhaltsverpflichtung gilt in der Regel auch bis zum Ende des Studiums. Das ist ja auf jeden Fall auch interessant. Leider ist es jedoch nicht allen Eltern möglich, ihre Kinder finanziell zu unterstützen. Welche anderen Lösungen gibt es also für Studierende, die davon betroffen sein könnten? Wenn die Eltern aufgrund ihres geringen Einkommens finanziell nicht oder auch nur eingeschränkt in der Lage sind, den Unterhalt ihres Kindes zu finanzieren, dann gewährt der Staat Ausbildungsförderung in Form von BAföG. Und BAföG lohnt sich immer, denn Studierenden BAföG wird in der Regel zur Hälfte als Zuschuss bezahlt. Das ist also ein Geschenk vom Staat. Die andere Hälfte wird als zinsloses Darlehen gewährt. Aber von dieser Darlehensumme muss man insgesamt maximal 10.000 Euro zurückbezahlen, egal wie viel Geld man bekommen hat. Bekommt man also beispielsweise für insgesamt 10 Semester Bachelor- und Masterstudium den BAföG-Höchstsatz, dann erhält man vom Staat gut 40.000 Euro geschenkt, weil zurückzahlen muss man immer nur 10.000 Euro. Aber auch wenn man nicht den BAföG-Höchstsatz bekommt, sondern nur einen kleineren Betrag, lohnt sich das. Zum Beispiel auch, wenn man BAföG erhält, den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen muss. Und übrigens darf man als Student auch selbst 8.000 Euro Vermögen haben und zusätzlich einen Minijob, ohne dass das aus BAföG angerechnet werden würde. Ja, sehr cool. Da haben wir ja selbst noch etwas dazugelernt. Wie kann man denn diese staatliche Unterstützung nun beantragen? Unter BAföG digital kann man den Antrag bequem online stellen. Und im Amt für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk Augsburg hat man seinen persönlichen Sachbearbeiter oder seine persönliche Sachbearbeiterin. Dort kann man sich zu den Sprechzeiten auch beraten lassen und Fragen stellen. Ja, sehr praktisch, dass die Antragstellung also auch von der Couch aus möglich ist. Das hört sich ja fast zu schön an, um wahr zu sein. Ist das BAföG aber auch mit einem Auslandssemester vereinbar? Also heißt das, dass die Förderung auch im Ausland fortbesteht? Ganz so ist es nicht. Tatsächlich braucht man für das BAföG im Ausland einen eigenen Antrag. Das heißt aber auch, wenn man im Inland kein BAföG bekommt für das Studium in Deutschland, kann man durchaus berechtigt sein für das BAföG im Ausland. Das liegt darin, dass das BAföG für das Ausland anders berechnet wird. Es gibt unter anderem Mobilitätskosten, die berücksichtigt werden. Und man kann von einem Semester, aber auch zum Beispiel für das komplette Masterstudium im Ausland, BAföG gefördert werden. Sehr gut zu wissen, dass man im Ausland bezuschuss werden kann, auch wenn man hierzulande eben nicht förderungsberechtigt ist. Wenn man jedoch nicht den BAföG-Höchstsatz bekommt, kann es der Fall sein, dass das BAföG leider nicht ausreicht. Welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen dann für Studierende? Nur dann, wenn man tatsächlich nicht BAföG-berechtigt ist, also es mit dem BAföG nicht klappt oder das BAföG auch nicht ausreicht, sollte man auf einen Kredit oder einen Darlehen zurückgreifen. Wichtig ist, dass man sich hier bei einem Experten beraten lässt. Die Sozialberatung im Studentenwerk Augsburg kennt sich damit super aus und findet in der Regel auch die günstigste Möglichkeit für Studierende. Schön, dass Sie den Studierenden mit Ihrem Angebot der Sozialberatung auch bei der Auswahl der passenden finanziellen Unterstützung auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Welche weiteren Einkommensquellen können denn sonst noch herangezogen werden? Das eigene Einkommen ist tatsächlich die drittwichtigste Position bei der Studienfinanzierung von Studierenden in Deutschland. Zwei Drittel der Studierenden jobben neben dem Studium, das heißt in der vorlesungsfreien Zeit oder auch zum Beispiel am Wochenende. Unter studierendenjobs.de findet man unsere Jobbörse. Die Angebote sind sehr, sehr vielfältig. Und sage ich mal, neben den klassischen Studierendenjobs wie etwa in der Gastronomie oder in Kinos gibt es auch ausgefallene Tätigkeiten, wie zum Beispiel Haustierbetreuung. Und wenn man während des Studiums die Möglichkeit hat, schon in das zukünftige Berufsfeld hineinzuschnuppern, dann sollte man das durchaus auch tun, denn das gefällt natürlich auch Arbeitgebern, wenn man schon ein bisschen seinen Horizont erweitern konnte. Und man verdient dabei. Ja, vielen Dank, Herr Nogero, dass Sie uns einen so umfassenden Überblick über die verschiedenen Jobmöglichkeiten und auch finanziellen Möglichkeiten für Studierende verschafft haben. Demnach kommen wir direkt zu einem weiteren Stichpunkt, welches von Ihnen genannt wurde, nämlich die Beratung. Wer kann mit welchen Problemen zur Beratung kommen? Jede Studentin und jeder Student der Universität Augsburg kann unser Beratungsangebot nutzen, kostenlos und natürlich auch vertraulich. Und zwar immer dann, wenn man vor Herausforderungen steht, die man alleine nicht lösen kann. Das können Probleme mit den Eltern sein, mit dem Partner oder mit der Partnerin, mit dem Vermieter oder auch mit sich selbst. Und von welchen Arten von Beratungsangeboten können Studierende denn konkret profitieren? Wir bieten Sozialberatung mit Studienfinanzierungsberatung, Rechtsberatung und psychologische Beratung an und beraten auch werdende Eltern oder Studierende mit Kind und Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen. Zusammen mit dem Beratungsgebot, das es bei der zentralen Studienberatung der Universität und an weiteren Stellen an der Uni sowie in den Fachbereichen gibt, kann man also auf ein sehr gutes, kompetentes Netzwerk zugreifen, sodass man in keiner Lebenslage, die sich in dem Studium ergibt oder bei Schwierigkeiten im Studium ganz alleine diese Herausforderungen meistern muss. Ja, das ist ja echt vorbildlich, dass so viele Einrichtungen der Universität auch in diesem Bereich zusammenarbeiten, um Studierenden wirklich in allen Lebenslagen auch unterstützen zu können. Neben Finanzierung und Beratung engagiert sich das Studentenwerk ja auch im Bereich Internationales und Kultur. In diesem Rahmen organisiert es seit über zehn Jahren einmal im Semester die Veranstaltungsreihe Campus Kunst. Herr Nogero, erzählen Sie uns doch gerne mehr über dieses besondere Event und lassen Sie unsere Hörer und Hörerinnen in die Atmosphäre und auch das Stimmungsbild der letzten Veranstaltung eintauchen. Ja, Campus Kunst ist tatsächlich für mich persönlich auch immer ein Highlight jedes Semester. Diese offene Bühne für Studierende findet abwechselnd in der Mensa an der Hochschule Augsburg und an der Universität Augsburg statt. Und das Besondere daran ist die spannende Vielfalt der in der Regel zehn Programmpunkte, die wir auf der Bühne sehen. Da mischen sich Newcomer, Bühnenerfahrene und wirklich bisher unentdeckte Talente. Und dabei kommen die Auftritte auch aus ganz verschiedenen künstlerischen Genres, also Dargeboten von Solokünstlern oder auch Bands und anderen Formationen werden dabei allerhand künstlerische Stilrichtungen, musikalische Stilrichtungen gezeigt. Da ist Poppiges dabei, genauso wie Rap und Folkloristisches. Wir hatten schon Schuhblattler auf der Bühne und Jodler. Das ist also wirklich mega vielfältig. Comedy-Aufführungen sind meistens auch mit auf dem Programm und die geben meistens auch einen wirklich humorvollen und amüsanten Blick auf den Alltag am Campus. Das klingt ja wirklich klasse und auch sehr amüsant. Was ist jedoch Ihre langfristige Vision mit Campus Kunst? Uns geht es vor allem darum, dass wir bei Campus Kunst einen schönen Abend haben mit tollen Künstlern und einem tollen Publikum. Und langfristig möchten wir natürlich auch weniger bekannten künstlerischen Talenten unter den Augsburger Studierenden eine Plattform bieten. Denn Auftritte zu absolvieren und live vor Publikum Bühnenpräsenz zu zeigen, das ist das Wichtigste, was aufstrebende Künstlerinnen aller Genres tun sollten. Und für einige Künstlerinnen, die bei Campus Kunst schon aufgetreten sind, war unsere kleine Bühne in der Mensa schon der Start ins professionelle Showbusiness. Als ich vor ein paar Jahren in den Charts eine Stimme wiedererkannt habe einer Musikerin, habe ich mich total gefreut, als die dann in den Top Ten war. Die hat ihre künstlerische Karriere tatsächlich bei Campus Kunst auch mit begonnen und ist dann ganz groß rausgekommen. Ja, was für eine großartige Chance auch für Newcomer, das lädt ja förmlich zur Teilnahme ein. Jetzt fehlt uns nur noch das Talent, Nina. Ja, da hast du recht, Sarah. Zum Abschluss möchten wir natürlich auch von Ihnen, Herrn Noggero, wissen, was Ihre persönlichen Tipps und Tricks to go für unsere ZuhörerInnen sind. Ja, mein erster Tipp ist, BAföG-Antrag stellen, gerne digital und online, denn dabei kann man nur gewinnen. Im Worst Case bekommt man kein BAföG, aber wenn man BAföG bekommt, bekommt man die Hälfte geschenkt. Das lohnt sich also. Mit meinem zweiten Tipp spart man Geld und rettet Lebensmittel mit dem Mittagsfinale. Das heißt, nach Ende der regulären Essensausgabe in der Mensa gibt es einzelne Komponenten in Selbstbedienung zum sehr günstigen Preis. Man kann sich dann das Essen auch mit nach Hause nehmen und hat dann schon mal für den nächsten Tag gekocht oder man hat ein leckeres Abendessen. Dritter Tipp spart Zeit und Nerven. Die persönliche Campus Card, die der Studierendenausweis für die Augsburger Studierenden ist, kann man mit der elektronischen Geldbörse auch auf dem Campus bezahlen. Und damit man nie in der Mensa oder am Kaffeeautomaten ohne Guthaben steht, kann man sich im Kartenservice Online-Portal für das Lastschriftverfahren anmelden. Dann hat man außerdem alle Transaktionen im Blick und man kann die Bezahlfunktion auch sperren, wenn die Karte mal verloren sein sollte. Vielen Dank, Herr Noguero, für diese hilfreichen Tipps und natürlich auch für Ihre Zeit und Mühe. Alle genannten AnsprechpartnerInnen und wichtige Links findet ihr wie immer in unserer Infobox. Informiert euch gerne und vergesst nicht, uns zu abonnieren. In diesem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal bei UniArt2Go.